Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 mit den beiden Bobbys hier Ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt von ihm hier Dem Nano, der hat einen Nano-Penis Ja genau und einmal hier der Hemi Der mit dem, genau So, weil was könnte, stimmen wir jetzt erstmal für wechseln, aber es bringt nichts Egal Ja, ich habe es versucht Ich habe gar kein Trinken hier, fällt mir was drauf Immer wenn du schniefst, packe ich so einen Piepton rein Piep Raff 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 Pass auf, ich mach jetzt auch Alter Ich hab Boah, ich nicht Ich hab Hunger Ha! Wechseln Zu G18 Der ist weg Und Der ist nicht weg Alles klar, da wurde ich von THE BRO getötet Ja Aber der BRO ist gar kein BRO LOL Der lag da einfach mal so im Gang Pass auf, da liegt einer Da lag auf jeden Fall gerade einer Ja der ist tot Woow Woow Ja Ja Da hab ich jetzt mal fett getötet Mit der G18 Ja ist ja geil ne Da ist er Da ist er Aha Ich werd schneller Hab ich gesehen Überlebe ich da Christian, Matt Ey Basti, Basti Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle Probier ich es einfach mal aus Ne, ich sterbe nicht Hör mal fest Who lives in a pineapple under the sea? A house Ey, ich hab Vorräte Ja, hab ich auch grad gedacht Ey, beschütz mal bitte mit Luca Nicht sterben, ja? Wo sind meine Vorräte? Ach, da hinten Erstmal fetten Hubschrauber schützen Sonst muss ich mich nur noch gut verstecken Verstecken Boah, der hat Metherium drinne Aaaaah Was spawne ich denn? Ach, da So, hier versteck ich mich jetzt Ah, komm Schon wieder derselbe! Alter, was für ein Camper So, jetzt versteck ich mich halt eben hier Und... Warte, warum... Warum hab ich den nicht? Hat... Hat... Äh... Hat etwa der andere den... Bekommen? Wie unfair ist das denn bitte? Ich hab mich grad schon richtig gefreut Hier erstmal ein bisschen aufzuräumen mit meinem Hubschrauber, ja? Und auf einmal... Auf einmal fällt mir auf... Die hab ich ja gar nicht Der hat mir meine Vorräte vor der Nase geklaut Aus unserem Team einer Notfellabwurfer, mal fett Ja, pass auf, da ist einer Der hat grad was geworfen Der hat grad was geworfen Der hat von hinten was, die von hinten! Hab ich doch gesagt, Alter! Ey, äh... Da ist noch ein Harrier-Anschlag Oh Leute Ah, die liegen ja da oben auf dem Dach! Haha! Ey, was ertubst du? Boah! Wieder auf einmal dieser Harrier-Anschlag da oben So ist wieder unentschieden Ah, mich hat sie nicht getroffen! Boah! Normalerweise bin ich immer so der Magnet Ja, ne? Boah! Wenn ich mich nicht irre, ist ja einer drin, der mich gleich töten wird Oh! Oh! Was ist das gerade? Alter! Doppelkill, Junge! Alter! Ah! Ich glaube, ich nehme mal kurz eiskalt rein Du Spacken! Ja, hab ich auch gerade gemerkt Ey, der nervt richtig, ne? Alter! Ja, guckt euch mal den letzten geilen Kill an, ey! Guckt euch an die Scheiße der war Guck mal hier! Hier! Das bin ich! Damit hat er mich gekillt! Willst du mich verarschen? 10, 12... Na gut, geht! 10, 12 geht noch! Alles klar! Soll ich bald sagen, eins machen wir noch? Was sagt denn die Zeit? Ah, eins können wir noch machen! Alles klar! Was? Ne, ne, dann ist die Folge vorbei! Ja! Ja! Was haben wir heute eigentlich? Heute ist... Freitag! Genau! Wochenende! Für euch wird das... Warte mal! Für euch wird das dann wahrscheinlich... Sonntag sein! Ich weiß noch nicht genau! Hä? Achso! Achso, ja er spricht in der Zukunft! Ja, alles klar! Er ist hier... Er ist Marty McFly, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, kennst du nicht den Film? Zurück! Dann kommt 19 Uhr! 19 Uhr! Ich weiß! Wo denn? Ach da! Ach da ist die... Außer dem haben wir... Ja, 1649! Immer! Ja, und er ist gay! Also alle, ne, die schwul sind... Das ist der Bescheid! Schreibt ihn sofort an! Ne, er heißt... Supersternchen98 auf Facebook! Ja... Lass mal noch... Lass mal nach oben gehen! Alter! Ich ne... Ich bin grad am... Ne, hochladen bin ich gar nicht mehr... Ich bin grad... Ja... 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 Scheiße! Jetzt hab ich ne Sam-Tex in der Hand... Und wollte gar nicht die Sam-Tex nehmen! Ah, perfekt! Danke! Nein, das war sein Kill! Scheiße! Boah, Alter! Adventure Map-Like! Nooo! Oh, Scheiße! Woher kam das denn bitte? Ah, da war grad dieser Wilhelm Scream! Ey, ich hab äh Vorräte! Wer hätte das gedacht? Was? Das je-ba-nu ist Hacker! Ey, ich hab ne Predator-Rakete! Ich leg ihn mir kurz ins Bett rein! Alter! Hab ich grad ein Dreier-Kill gemacht! Triple Kill! Ich hab grad Notfall-Abwurf bekommen! Hammerfett! Ja, weiß ich auch nicht! Ey, Luca... Luca, warte mal bitte hier! Ja! Ja, ich hab äh... Hatteln da drin! Scheiße! Wird noch Raketenwerfer! Schnell da hin und... ...alles holen und so! Na und? Ich will den Müll trotzdem haben! So! Geben wir mal den Leuten was zu tun! Haha, weiß ich noch nicht! So Geschütz, wo packen wir dich mal hin? Mal fett! Ach, Scheiße! Ja, ja, Geschütz! Ja, echt mal was? Voll assig von dir und so! Nein, nein! Was? Nein, nein! Sehr gut, gar keinen Sinn! Wo sollen sie hin? So, die Vorräte! Komm mal hier hin! Nein! Herrera! Nein! Nein! Meine Teamkamerad! Oh! Gott, ey! Einmischung! Soll ich dir einschenken? Loll! Alter Junge! Ist deiner? Deiner? Ey, ich hab schon wieder Vorräte, wie geht das alter? Scheiße! Holen wir nochmal hier Vorräte raus! Nice! Und was ist es? Oh! Leute! Hätte gerade mega leck! Alter! So, Leute! Alles klar! Mein Luftschlag kommt, ne? Triple! Nein, nee, doch nicht! Basti hat reingemacht! Aua! Aua! Mori Joana! Ja, toll! Mein Harry-Anschlag hat... Mein Harry-Anschlag hat niemanden getroffen! Das ist doch wohl ein Scherz, ey! Da hat... Ey, was? Ich hast gerade eine Samtex geworfen, oder was? Aua! Head schon wieder? Welch scheiß Ding ist hier? Der ist mein Geschütz! Achso, ne, doch nicht! Aua! Boah, alter! Boah, wie sieht der denn nun bitte da hin? Hatte ich gar nicht gesehen. Ich bin gerade dritter. Ich bin dritter mit 11. 11,9. Oh, mal fett. Oh, mal fett, Junge. Dann gehen wir mal hier runter. Camp Miss Game. Ey, schon wieder Vorräte? Wie geht das? Scheiße. Oh. Und ich wollte meine Vorräte gerade noch holen, damit ich noch die EP bekommen, wenigstens. Oh. Achso, no. Ja, wo sind denn da bitte zwei? Ja, okay, gut, das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge. Hallo, seid doch mal leid, ich will meine abschließenden Worte sagen. Wollt ihr noch was sagen? Ja, okay, das war's jetzt auch schon wieder mit der Folge.